Und jetzt kommen wir auf jeden Fall auf die Masse Skorpion Challenge das heißt immer ein kill mit M8 dann wieder V&B bis man eine Newk hört vielleicht können wir die reichen wir auf jeden Fall chillisch komm her oh 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 weg da weg 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 tschüss den holen wir wieder M8 auf jeden Fall nice, 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 nice Trönnchen raus oi 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 Konter Trönnchen raus oi 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 wir brauchen noch M8 Kill ich hab nur ein Assis gemacht, deswegen let's go, let's go, let's go ok, wo 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 keine Ahnung wo die kommen ihr Kampfbuch ist absolut gewastet aber egal Leute wo sind die denn tschüss und her und her oh 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 die gab es da los Nice, 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 nice für den vmp nice 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 ich geh kurz vor Abi den Abi jetzt fresh machen nice 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 ok Abi haben wir aber Kontotronen Digger shit mit Allah Kontotronen muss jetzt weg gehen sure oh mein Gott Abi raus nice Leute nice 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 vmp auf jeden Fall wieder am Schlüssel oh 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 nein 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 nice oh nicht sterben nicht sterben nice gleich wieder Abi wieder vmp oder ich bin mir grad absolut nicht sicher aber ich hoffe ich glaub schon vp jetzt einfach den Abi fresh machen dann haben wir es nice 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 ich bin jetzt so absolut nice 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 let's go boys nice Abi haben wir da komm 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 oh mein Gott weg da weg da weg da weg da weg da tschüss Leute let's go nice 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 okay tschall sind wir jetzt am 8 ich glaub schon oder komm schon bitte Leute let's go man tschüss nein 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 ohioi nein tschüss noch ein vp backheat nein fuuuck 3 vor egal Leute lasst einen like wir gehen auf jeden Fall nächstes mal wieder auf die Challenge ich hab schon fast geschafft aber egal let's go lasst auf jeden Fall einen like dann können wir sagen sehen uns beim nächsten mal wieder tschau